Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MEG Aesthetics. Heute sehen wir wieder eine Nasenkorrektur ohne OP. In wenigen Sekunden wird hier eine schöne Nase gezaubert. Vor allem ist unserer Patientin wichtig, dass der Höcker korrigiert wird und die Nasenspitze angehoben wird. Dies passiert natürlich immer nur mit einer Hyaluronsäure vom Marktführer und auch nur durch Fachärzte für plastisch-ästhetische Chirurgie. Und hier haben wir jetzt schon mal ein sehr schönes Ergebnis und sie ist direkt gesellschaftsfähig und kann heute Abend noch rausgehen und damit können wir uns zufrieden verabschieden.